Jo, da bin ich mal wieder. Wieso soll ich eigentlich immer... Da sind wir wieder. Ich bin immer alleine hier. Ich hab niemanden, der es mit mir kommentiert. Naja, was soll's. Hab ich schon mal gesagt, dass ich diese Musik mag, die in dieser Auro World kommt. Oh, was ist hier los? Also hier ist auf jeden Fall Yoshi verboten. Okay, hier ist der Deal. Du kannst Lucky 2 nicht töten. Irgendeine Art und Weise. Okay. Voll der Deal. Scheiße. Also jetzt gleich kommt Lucky 2 und der Typ überlebt einfach alles. Ich sterbe, wenn ich versuche, ihn zu töten. Ich dachte so, er würde es einfach mal leben. Ich kann auch rumzwin-jumpen. Aber nö. Sag bloß, ich sterbe auch, wenn ich versuche, einen Koopa auf ihn zu werfen. Das würde mich nicht mehr wundern. So. Äh, Moment. Scheiße. Ah, was? Wie schnell muss ich denn hier handeln? Okay, scheiß mir erstmal auf den Pilz. Okay, gerade noch so geschafft. Das war echt fies. Ich glaube, das war auch, wie ich es machen musste. Ich mag das Level nicht. Ich glaube, ihr könnt euch denken, warum ich das nicht mag. Der Typ ist ein Arsch. Ja, ich habe es mir schon gedacht. Ich hätte unten langen müssen. Äh, ja gut. Tja. Sonst zu einfach gewesen. So, aber ich kriege auch ein Power-Up dazu. Stirb. Stirb. Er stirbt nicht. Aber die Feuerblume wird mir helfen. Ich werde versuchen, sie zu behalten. Oh Gott. Und da ist sie schon weg. Es war auch irgendwie klar, oder nicht? Selbst der Pilz ist weg. Selbst der verfickte Pilz ist weg. Aber hier kriege ich einen Checkpoint. Bin ich wieder mal groß. Falls du es noch nicht wusste, ist. Falls du aus dem Bildschirm rausgehst, dann spawnen. Spawn, also spawnen die Sprites weg. Okay. Nur damit du weißt, dass ich mich um dich sauge spiele. Das steht da auch noch. Und das ist jetzt nicht weiter schlimm. Hier werde ich auch wieder groß. Nur die Feuerblume ist weg. Das ist voll scheiße und so. Ach. Du scheiße Lucky 2, Alter. Das erste, was ich immer mache, ist halt so Lucky 2 töten, wisst ihr? Aber jetzt ist das so ein Level so, ja, er ist unsterblich. Das ändert alles. Zumindest wird immer mit Power-Ups versorgt. Das muss man sagen. Oh Gott. Als ob das hätte gut gehen können. So, gehen wir hier mal unten lang. Gehe ich mal von außen. Ja, und dann. Ja, komm her. So, dann so rum. Und dann war die 5 Münzen. Ich glaube dann, ja, ist das Level auch hier vorbei. Cool. Das war böse. Chuck Magnet. Was ist das mit diesem Film? Es gab ja irgendwie sowas mit dem Filmraum. Was? Was ist das, Alter? Der hilft mir. Also, der ist mit mir. Triff Charles Chocolaten, den Zweiten. Er ist nicht wirklich schlau, aber jetzt ist er deine einzige Hoffnung, um hier lebend rauszukommen. Okay, das war unerwartet. Kann der gar nicht. Was ist das denn? Warum kann der das nicht? Wie soll ich die dann holen? Okay. Ah, wow. So. Dann komm mal schnell mit, damit du nicht... Ich weiß nicht, ob der getroffen werden kann von Sachen. Schnell den töten. Rauf. Rauf da. Wie kann ich ihn dazu animieren, da rauf zu springen? Ah, er ist echt nicht der Schlauste, wie man schon sagte. Ich geh jetzt ohne ihn weiter. Geht das überhaupt? Ich glaub, ich komm gar nicht... Ja, ich komm gar nicht ohne ihn weiter. Du Schlenker, Alter, dann mach mal richtig, ja? Komm hoch. Nein. Dann komm da hoch. Das ist jetzt doof. Ich steck fest. Weil der Typ nicht das macht, was ich von ihm falle. Komm. Ich geh jetzt. Ah, musst du selber gucken. So, das macht er natürlich nicht, ey. Nein, das klappt. Das ist verrückend. Ich mag den Kerl nicht. Ich hab's mir jetzt überlegt. Ich mag ihn nicht. Er kann auch nicht hochspringen. Ah, jetzt kann er es auf einmal. Okay. Ja, er hat's geschafft. Du Dummerchen. Cool. Nach jahrelang... Oh, dankeschön. Ähm, versuchen. Moment. Ich glaub, da muss ich wohl hier rein, ne? Ich muss jetzt so hoch, wie ich die seh auch schon, wenn sie da unten bekomme. Danke fürs Pilz öffnen. Drück mal. Nein, nur einmal. Drück mal bitte. Drück bitte. Oh, er ist ungehorsam. Komm. Husch, husch. Einmal drücken. Okay. Ah, das bin ich zur Yoshi-Münze zumindest. Achso. Ne, ich will ja unten bleiben schon. Ja, und jetzt drückst du nochmal, ne? Komm. Einmal. Einmal drücken. Einmal drücken. Oh, er macht echt nichts von dem, was ich will. Das Level ist ja noch furchtbarer als das Feuerreger. Komm, spring. Jetzt komm, spring. Einmal, du Blödmann. Aha. So, dass du diese Dinger erwischst. Oh mein Gott. Das ist echt schlimmer. Das ist, als würde ich ein Kleinkind mit haben in diesem Spiel. Hey, ich will die kaputt rutschen. Geht das nicht? Na, also. Komm. Er springt nicht dagegen. Jetzt. Oh mein Gott. Jetzt macht er das. Jetzt, wo es genau falsch ist. Jetzt spring. Jetzt spring voll hoch. Oh, ich raste aus, Alter. Was ist mit... Nein. Du Arsch, Alter. Der macht das, glaube ich, mit Absicht. Komm. Spring. Bitte. Jetzt. Einmal hoch. Nein. Ah. Komm. Ich versuche eben, meinen Moves zu animieren, aber irgendwie scheint das auch nicht zu klappen. Oh mein Gott. Er hat es gemacht. Okay. Mhm. Ich denke mal... Ich hoffe mal, das war das Richtige. Es ist ja bloß, er steckt schon wieder irgendwo fest. Wie soll ich ihn jetzt darauf befördern? Oh Gott. Na dann, komm da rauf. Ja. Und jetzt dahin. Yeah. Ja. Okay. Cool. Hat irgendwie geklappt. Ich weiß nicht, was das hiermit auf sich hat. Oh. Es freut mich, dass da gerade mal der Checkpoint kommt, was so viel bedeutet wie... Es ist noch sehr viel, was... Zu tun ist. Muss ich ihn ja raus befördern oder nicht so? Ja. Ja, ja, ja. Achso. Nein. Er kann wahrscheinlich nicht durch diese Winger durch. Da kann nur ich durch, oder? Ja. Und wie drücke ich jetzt wieder ein Switch? Okay. Moment. Moment. Ich glaube. Ja. So. Ja. Ja. So. Und da sind wir wieder. Ja. Cool. Jetzt habe ich ihn mit, aber... Er kann die Dinge da auch nicht drücken, oder? Er kann auch nicht. Ich habe sie da ausgemacht. Ja. Warte mal. Ich glaube... Ich glaube nicht gerade, dass ich einen Fortschritt mache mit dem, was sie tun. Moment. Jetzt bin ich durcheinander. Achso. Du kannst ja hier runter. Ah. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Komm her. Tada. Und jetzt komme ich ja weiter. Keine Ahnung, ob ich irgendwie an diesen Checkpoint rankomme. Kann ich durchrühren gehen? Achso. Er kommt ja auch hier hin. Münze Nummer 4. Warum ist irgendwas, denke ich? Vielleicht. So. Ich weiß jetzt nicht. Hat er das richtig gesagt gemacht? Jetzt komme ich hier durch. Das muss er aber wieder mal drücken. Okay. Dann komme ich hier durch. Ich habe drei Yoshi-Münze schon. Das ist super. Okay. Und jetzt geht's... Das Cape-Abenteuer weiter. Achso. Das ist zum Resetten. Also kann man hier noch mehr falsch machen. Falls du dich mal wieder ohne deinen Partner wieder findest, berühre diese Reset-Sperre da. Und alles fängt wieder von vorne an. Ist ja super. Okay, dann drück mal. Ach, jetzt hat er mich getötet. Das ist ja... Das wird immer besser. Nicht töten. Nicht töten. Spring. Einmal. Ja, genau. Immer einmal. Achso. Er kann selber auch noch kaputt gehen. Ah ja. Nein. Nicht festhängen. Wieso wird das immer so extra gebaut, dass er sich festhängen kann in diesem Level? Ja. Genau. Genau. Jetzt musst du hier gegen drücken. Okay. Ähm. Er darf da ja nicht runterfallen. Komm hier auch. Er hat natürlich keinen Bock. Achso. Kann ich selber nochmal drücken und dann... Ne, davon hab ich ja gar nichts. Ne, dann vergiss es. Ich hätte echt nur gern, dass er da rüberspringt. Dieses Ding steht mir voll weg. Hier, hier, hier. Er wird natürlich nicht weitergehen als ich. Vielleicht, wenn ich die Kamera nach vorne scrolle. Auch nicht. Wie springe ich hin dazu, dass er weitergeht? Das... Er ist tot. Ja, das bringt ja auch nichts. Äh, muss ja irgendwie weitergehen. Ja. Spring nicht so. Nein, er macht es nicht. Er macht nicht das, was ich will. Tada, komm her. Das wird toll für dich. Okay, er hat zumindest gedrückt. Das hat mich zwar meinen Pilz gekostet, aber... Wir müssen das jetzt auch nicht weiter schnucken. So, und dann... Drücke ich mal hier. Und dann... Kann ich mir den einfach holen? Gut. Darauf kam es mir jetzt an. Ne, dann geh du jetzt oben lang. Ich denke mal, das so wird es richtig so, oder? Achso, will ich... Was will ich überhaupt? Mal sehen, wie weit ich ohnehin komme. Wahrscheinlich nicht so falsch, ja. Ich weiß auch nicht genau, was ich mit ihm machen soll jetzt. Wäre natürlich optimal, wenn er hochspringen könnte. Spring! Ah! Mach mal irgendwas. Nicht so. Scheiße, ey. Hier das Problem ist immer noch schlimmer als das andere. Okay, komm hier hin. Komm hier hoch. Ja, ja. Nicht... Nein, nein, nein. Nicht so. Da hoch. Und jetzt springst du da rauf. Genau. Und dann da rauf. Oh ja. Oh ja, das klappt. Und jetzt nochmal. Ja. Boah, perfekt. Ich hab's geschafft. Hier, du springst jetzt. Okay, jetzt... Jetzt ist okay. Das ist ein Block. Da komm ich auch hier hoch. Ähm. So, dann wird ausgeswitcht. Aber dann sterbe ich ja wahrscheinlich. Oder auch nicht. Weiß nicht. Hab ich ihn gehillt? Nein, nein, nein. Dann auf jeden Fall Rewind. Ich werde nur gucken, was ist, wenn ich da hochkomme? Ach so. Oh, das ist für die hier schon so okay. Okay. Okay, solange er hier ist und so, ist ja alles schön, denke ich. Das war jetzt ein Fail. Das war jetzt mal ein Fail. So, dann komm mit. Er bleibt da. Nee. Will der da runter? Ich weiß gar nicht. Nein. Böse. Böse, Chuck. Böse, Chuck. Böse, Chuck. Du gehst hier rein. Genau. Nein. Bleib. Boah, ist das ja schlimm, als mit nem Hund. Guck's euch an. Der springt immer wieder raus. Na. Bleib. Ja. Nein. Ja. Vielleicht. Ja, dann geh und drück diesen Knopf. Geh und drück diesen Knopf. Geh und... Okay. Mit Anlauf. Boah. Okay, wenn ich Glück habe, springt der jetzt dagegen. Spring. Ja, er hat's gemacht. So. Kill him. Ich werde jetzt ganz halb mit diesem Kerl zusammengetragen, um mich... Um am Ende ihn zu töten. Okay. Wisst ihr was? Ich hab nicht mal so große Schwierigkeiten. Ich mag ihn sowieso nicht. Er ist tot. Zufrieden. Zufrieden. Wow. Das war krass. Das war sogar genug für ein Part, würde ich sagen. Autsch. Er ist jetzt tot. Ruhe in Frieden. Baby Chuck. Oder Chuck. Die zweite irgendwas. Ich hab seinen Namen vergessen. Ja. So krass der Levels, ne? Im nächsten Part geht's weiter mit Angry Fish. Mit einem wütenden Fisch wahrscheinlich. Ohne Power-Up sind nicht erlaubt. Die Yoshis sind nicht erlaubt. Ich hab ein sehr schlechtes Gefühl dabei, aber ihr solltet es euch auf jeden Fall ansehen. Bis zum nächsten Part.